doch die gemeinen Dinge ich würde in die Gewerkschaft gehen und mich beschweren das sieht schon cool aus muss ich sagen wenn wir das so rein so und jetzt wir müssen scheinbar Maschinen sabotieren hier unten da das ding da unten müssen wir zerstören Locate in destroy ich geh es mal hierhin aufzug aktivieren ja mach doch mal langsam wir müssen uns mal zusammenlaufen ja hier ihr seid um aufzukommen wo rennt ihr alle hin ihr rennt weg ich bin immer noch am start Markus hey oh er leckt hart er teleportiert sich ich mag es teleportiert sich guter kommst du mal wieder ja ich habe nur kurz gelootet hier unten ach so du darfst looten ich soll am start warten ja der fahrschule war nicht hier runter von Markus lag weg ist er müssen wir kurz warten hier sind zigtausend aufzüge irgendwie aber ich weiß nicht ist er noch im game drin ja doch im game ist halt er läuft auch noch ja gut er teleportiert sich da ist einer weg das sind noch mal zwei markas spielt jetzt warframe weg er warte ich habe denn ich bin schon alles wieder oder ich suchte sich Markus aber da hinten ist auch noch einer g er ist da ist da ab den hinter uns hinter uns er wurde doch ein alarmer ja marcus hatten schon wurde doch ein alarm ausgelöst also zumindest da ist noch einer oder das von bauern sicher bei mir sieht eigentlich safe aus die kommen von hinten weil da auch mit ihr schon noch einer ich bin hier vorne ich bin bei der ersten maschine ne das kann da vorne ist einer ja willkommen der täglich portiert sich der packt wir haben direkt macht ab bereit Akkus steht hier auf der Stelle oh man jetzt geht hier aber echt was ab doch bei mir schon ich bin aufgestiegen ich bin Level 7 ich nütze mich halt dadurch mache ich auch gerade ich mache eigentlich nach dem anderen in meiner Nachkampfwesen aber mein Schild ist schon down das ist halt scheiße ja das war es ja schon ja ich habe ja 7 oder 8 Kills gemacht und wir sollten den Alarm noch ausschalten vom Hoch du Schwein Alter die müssen wir jetzt zerschlagen also ich komm hab's gleich also Markus ist noch im Spiel Theser das für diese verlassen ich gehe mal wieder den Alarm ausschalten rüben wir so ach leid 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 ich bin Level 8 schon ne bis Level 8 Alarms reset User join your channel ok sie haben sie ahnen wieder nichts nachdem wir gerade alle ihre Leute während eines Alarms abgeschlachtet haben ja und jetzt müssen wir Markus ja allänglich sind die schon ne Teammitglied braucht Hilfe um Tür zu öffnen naja ist sie so inkompetent ne Tür aufzumachen ja da Vorsicht links und rechts einer rechts kommt ein Schnitzler der will Alarm auslösen ja der kommt wieder hoch der kommt wieder hoch hab ihn hab doch beide mal runter gesprungen ne ja ich hab gesagt ich gehe Markus ist hinterher gehüpft ich war eher von ihr und vielleicht gibt es neue Nav-Koordinaten für mehr Missionen hier waren wir schon mal ne wir waren auf die Maps wir holen sich glaube ich ja die Maschine ist hier links und er wusste rechts rum hier ich könnte leben gebrauchen um ehrlich zu sein wie mache ich jetzt hier weg doppel g äh vier Gegner wow double double kill wow der ganze linke Gang ey was what the fuck ich sollte doch wieder meinen Bogen nehmen ach du scheiße ja die können doch alle nix da vorne ist noch einer da vorne sind noch ein paar mehr ja bin ich mach mir hier mal den Akkumode hinter mir what the fuck ach du hast glaube ich gleich schon ne ne Alarm jo joh ich bin hierbei ich weiß nicht so gut denn da oben nämlich weil er immer noch irgendjemand ab da oben ist noch einer kann zeigt mir jetzt kommt der Alarm weg Alarm ist aktiviert bekommt er ich komme jetzt alle ja wenn der Alarm einmal an war dann kriegt ihr party da oben über euch wenn er noch vier stück oder fünf stück ich geh hoch ich hole die grad zwei stück habe ich drei stück habe ich aber hinter mir ist auch noch einer habe ich auch glattlich wüsste ich ja dann soll um so gar nichts er hätte ich alle geht man herrsinnig zu da rekt an dieser stelle ist der wegpunkt da dadurch kann vier stück weg geballert und das würde ich sagen war über euch oder das war maschinisch zerstört hier ist ein geheimgang ganz viel geld da wo denn unten wo unten ganz unten auja wie komme ich jetzt hier wieder raus das hat jetzt eher das problem das ist ein Lappen ich habe schon hüpft von der wand weg hallo du kannst doch locker Wolljumps machen alter soll jetzt wasser nein na lappen ich brauchte ich dazu oder was ich habe es beim ersten besuch geschafft bestaue seine möglichkeiten ja das habe ich auch gehabt bekommen ich habe ich voll bekommen hier rechts rum hier ist ja noch hier sind ja schon wieder welche ich habe ja noch nicht genug schlampen egal wo da ist ein toll da hinten ist noch was da ist noch ein ding ja klar da macht man jetzt im waldschirm ja hier sind noch ganz viele lotkisten ja eben da würde ich hier hin gerade und über die spektakulär über die dinge springen das ganze geld wieder eingesackt natürlich keramik deutlich blau pausa haben wir jetzt bekommen wir können ja auch die waffen bauen alles dann später mal boah da unten wie geil alter wie geil was denn auf welch stirbst du yes was war da ganz viel geld alter ganz viel geld da links rum aber bei mir zeigt der wegpunkt irgendwo dahinter bei marcus chamber auch ja ich würde jetzt mal hier die kisten nehmen und da hoch zu gehen seid ihr schon wieder hier also da oder ist noch so ein what the fuck war hat er jetzt voll ran gemacht hier ist so ein mod da bei mir eigentlich hier so ein bisschen wenn ich klettern gut dann nicht doch aber wir müssen erst hochkommen nein trete ich gleich jetzt sagen nein wir klettern da ist bei mir war ein modell nein bei mir ja ja oder was ja eigentlich schon da ist genau das bei mir war okay dann ist für euch keiner den habe ich glaube ich schon hafoto du hast gefehlt würde ich sagen auf wegpunkte zu setzen er hat er erst angeteckt ich bin ich bin ich bin ich bin du seid ihr denn schon wieder leute jetzt sollte ich glaube ich konnte es machen das ist so blöd ist klettern nämlich der er bleibt die maschine Achtung, da sind viele drin Gleich habe ich die nächsten 100 Stealth-Kills Oh, fuck X Nein, habe ich auch nicht getroffen Die Maschine ist zwar hier unter uns, ne? Ja, na gut, erstmal gucken, ob wir die Gegner sind vielleicht Ja, hier unten sind sie Zwei in Massen Äh, Alarm Ich räume die Gegner alle von hinten weg Aber hier sind keine mehr Ja Ah, ich wollte gerade den Alarm Beide weggemacht What the fuck Ich kalt Maschine kaputt Ja, ja, die Maschine ist kaputt Ich bin auf Drogen Ich bin auf Drogen Ich bin auf Drogen Also muss es nicht gewesen sein Ja Schau mal noch dahinter Hat der gerade bei uns im Endraum noch einen Alarm ausgelöst? Weil hier ist der Ausgang und hier haben die einen Alarm gemacht Gepisser Anlassen du Nö, das gibt XP, Alter Ja eben Das gibt richtig XP Okay So, Alarm ausgelöst Oh, ich habe Vitalität bekommen Gesundheit plus 40% Haben Sie noch was oder warst du? Ja, hier bist der Ausgang Ob hier nach rechts noch hast, ist weiß ich nicht Naja, wir sind natürlich schon mal so gar nichts Kannst du machen, okay Ne, da geht es auch nicht weiter Ne, da ging nichts mehr Bin da rechts, ging auch nichts Ne, da ist nichts mehr Da ist nur eine Schlucht Doch, Loot ist doch noch Droh, wat Ich bin gerade auf Drogen, Alter Oh, fuck, ich bin so auf Drogen, ne Oh, fuck Oh, lol Das war voll ich da, ne Oh, bin ich auf Drogen, ey Oh, ja, viel Loot Oh, fuck, ich konnte nicht springen Auf Drogen, bist du ja mal Ega am Arsch Das kann ich mal öffnen, Alter Ja, du kannst, what Ich verkack's jedes Mal, ich komm da nicht rüber Hey, ich kann hier nicht rüberspringen Hast du auch nichts verpasst, geht nicht auf Ja, was ist das für eine Scheiße, Alter Jetzt bin ich hier, what Ich habe einen Backflip wieder zurückgehüpft, bin Drogen Bin ich auch drauf Matt, wolle Hast du auch einen Wallrun gemacht? Ja, das ist ein Wallrun im Wald Oh, und die nächste Mission geschafft Ah, ein Wettrennen der Meister Mission complete Oh, den meisten Schaden hab ich gemacht Den meisten Schaden bekommen, aber auch die meisten Gegner getätet Hab ich die meisten Kopfschüsse hat Markus gemacht Und die meisten Nahkampfschüsse hab ich gemacht Juh, weil ich immer vorher nicht auf die IT-Mitglieder warte Ich war die ganze Zeit bei Markus Jaja, die zähle nicht? Ne, und du warst irgendwo ganz hinten Und dann hast du einen Lootchess gesucht, was langweilig ist Ja, gut, nächstes Mal renn ich auch gerade durch Ja, wenn du mindestens ein von uns dabei hast, ist das okay Jaja So, noch eine, mach mal Ja, ich würde sagen, wir machen aber noch die Level-Up-Mission Aber wenn du es in der einzelnen Mission ist, ist ja blöd Die muss ich Äh, du hast dich, das nächste Rang ist, als würde ich erwiesen soll, dass du versagen musstest Deinen Wert erneut unter Beweis stellen Also wenn man das nicht schafft, dann muss man das komplett neu machen Ja, also das haben wir Und das haben wir Ja, dann machen wir jetzt noch eine Mission mit den beiden anderen zusammen und danach spielen wir mal eine Mission Wo es darum geht, unseren Rang zu erhöhen Hier haben wir wieder einen Bosskampf, ne? Welche Stufe 3 bis 5 mal? 1 bis 3, mach halt doch den Bosskampf 1 bis 3 noch Ich hab jetzt Bötheus gemacht Das ist ein Bosskampf Ja, das ist 1 bis 3, das ist ja langweilig Ach, nur weil ich Level 7 bin? Ich bin Level 8 Ja, und? Jetzt, ja was war, 3 bis 5 oder 1 bis 3 wieder? Ne, mein, wohl das ist Level 6 Ja, ich bin für den Bosskampf hier Ja, gut, mach, Bosskampf Dann mal starten So ein Bosskampf zum Ende ist doch was Schönes, finde ich Hm, der kann ja nix Oh, Futur ist fertig mit Laden Ich bin fertig mit Laden Markus fängt an zu laden Ja Markus ist fertig mit Laden Ja, ja, ja Ja, danke, danke Musik Ja, ja, danke новые ãos